Liebe Pflegende, Kolleginnen und Kollegen, Pflege bewegt. Wir müssen klare Worte finden. Wir müssen Fakten schaffen, damit man sieht, wie gut wir sind. Wir müssen unsere Stimme nutzen, um das Gesundheitswesen umzubauen. Wir müssen reden, um unsere Zukunft zu gestalten. Wir müssen reden, um in der Politik Gehör zu finden. Wir müssen reden, damit den Politikern ein Licht aufgeht. Wir müssen unsere Stimme nutzen, um den Wert professionell Pflegender für unsere Mitmenschen aufzuzeigen. Von der Schulbank bis zur Gesundheitsberatung im hohen Alter. Jeder von uns, der Glück hat, kommt gleich noch mal Alter. Und jeder von uns ist mal krank. Und es sind eure Hände, die uns dann tragen. Und von daher, tut mir einen Gefallen und macht immer weiter. Als größter Berufsverband der beruflich Pflegenden in Deutschland stimmen wir dem Motto des Weltbundes der Pflegenden zu. Wir Pflegende sind elementare Verantwortungsträger der Gesellschaft. Wir müssen uns gemeinsam stärken, um hörbar zu sein. Wir müssen stolz sein dürfen, auf das es wir leisten können. Mit meiner Stimme danke ich allen, die ihre Stimme für die Weiterentwicklung und Stärkung der professionellen Pflege in Deutschland einsetzen. Mit meiner Stimme sage ich Danke an alle zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, die sich für meinen Beruf einsetzen und ihn nicht aufgeben. Ich danke allen professionellen Pflegenden, die seit meiner Geburt für mich da waren und sind. Ich danke allen. Ich danke allen.